Kapitel 21 Es war schon spät, als Harry eine Bewegung neben sich wahrnahm. Erst war es nur eine leichte Bewegung, die ihn nicht sonderlich störte. Dann aber wurde es zu einem Streicheln durch sein Haar, was ihn doch weckte. Müde öffnete er die Augen und hob den Kopf an, um direkt in ein goldenes Auge sehen zu können. Es drang er langsam in seinen Kopf, dass Fenrir wach war. Als es aber endlich angekommen war, schreckte er auf und setzte sich abrupt auf. Du bist wach? Wie geht es dir? Hast du Schmerzen? fragte Harry direkt hektisch und besorgt. Es geht. Aber warum bist du hier? Und wo sind wir? wollte Fenrir wissen und sah sich kurz flüchtig um. Draco nannte diesen Ort Grimmelplatz. Erinnerst du dich? Das Haus der Malfoys wurde angegriffen und Draco hat dich wohl gefunden und hierhergebracht. Erklärte Harry und besah sich das rechte Bein, von dem Nevils Verband abgefallen war. Eher gerissen, wie Harry mit einem kritischen Blick feststellte. Natürlich, Fenris Oberschenkel war um einiges breiter als die Hinterläufe eines Wolfs. Warst du etwa ebenfalls auf Malfoy Männer gewesen, als die uns angriffen? fragte Fenrir misstrauisch, worauf Harry seufzend nickte. Das war ich. Als ich gestern Nachmittag Arbeitsschluss hatte, wollte ich euch eigentlich besuchen kommen. Aber Dumbledore fing mich ab und entführte mich nach Hogwarts, von wo aus ich nach Malfoy Männer kam. Wollte Harry erklären, brach aber urplötzlich ab und hielt sich eine Hand vor den Mund. Das durfte nicht wahr sein. Wie sind die Auroren in das Haus gekommen? Wie haben sie Malfoy Männer gefunden? Und das so schnell? Er hatte sicher keine halbe Stunde mit Tom gesprochen, als der Angriff geschah. Konnte es sein, dass er die Leute nach Malfoy Männer gelockt hatte, als er aus Hogwarts abreiste? Dann musste man ihn dort beobachtet haben. Ihn, Remus und Severus, vielleicht sogar Blinky. Was war mit ihnen geschehen? Hatte man ihnen etwas getan? Harry, was ist los? fragte Fenrir besorgt, da Harry erblasst war. Dieser sah zu seinem wölfischen Freund auf und schluckte hart. Der Überfall. Ich glaub, das war meine Schuld. Wesperte Harry und ergriff nach dem gerissenen Verband an Fenrirs Bein, um ihn zu reparieren. Es klappte irgendwie. Als wäre die Magie ein Arm oder ein Bein, das er bewegte. Es war... Natürlich. Und das von einem auf den anderen Moment. Warum nur? Wie kommst du darauf? Wollte Fenrir wissen und legte eine große Hand auf Harrys, damit diese aufhörte, am Verband rumzufummeln. Ich kam von Hogwarts und wenige Minuten später griffen sie uns an. Sie müssen mir irgendwie gefolgt sein. Eine andere Möglichkeit fällt mir gerade nicht ein, erklärte Harry mit gesenktem Kopf und biss sich nervös auf die Unterlippe. Es wäre in der Tat möglich. Aber für genaueres müssen wir wohl auf Tom und die anderen warten. Legte ich am besten noch etwas schlafen. Es ist mitten in der Nacht. Überlegte Fenrir. Und tatsächlich. Ein Blick aus dem Fenster sagte Harry, dass es noch stockfinster war. Wollen wir uns ein freies Zimmer suchen? Ein Bett wäre sicher bequemer. Er schlug Harry vor und half bei dem zustimmenden Brummen den Verletzten auf die Beine. Leicht humpelte Fenrir, schaffte es aber mit etwas Hilfe die Treppe hinauf. Leise sah Harry hinter die verschiedenen Türen, bis sie einen freien Raum fanden. Frei, aber total verschmutzt. Hier hat wahrscheinlich seit Jahren keiner mehr geputzt. Er spürte die Magie wie von allein fließen und konnte dabei zusehen, wie der Raum immer sauberer wurde. Der Staub verschwand, genauso wie der Dreck auf dem Boden. Auch die Fenster wurden klar und die Luft rein. Du bist ein wahres Naturtalent mit deiner Magie, lobte Fenrir, was Harry verlegen lächeln ließ. Ich muss trotzdem noch viel lernen, seufzte Harry und schlug die gut riechende Decke zurück, damit Fenrir sich hinlegen konnte. Er selbst öffnete allerdings seinen Hosenknopf, um sich noch der Hose zu entledigen. Auch sein Pullover fand den Weg über den Stuhl neben dem Bett. Nur mit Shorts bekleidet drehte er sich um und merkte sofort Fenrirs aufmerksamen Blick, was ihn etwas verlegen werden ließ. »Leg dich hin, ich schaue morgen noch einmal nach deinem Bein«, forderte Harry ihn auf und ging um das Bett herum, um sich auf die andere Seite zu legen. »Du verlangst, dass ich ruhig neben dir schlafen soll, wenn du fast nackt an meiner Seite liegst«, brummte Fenrir. Und ehe Harry es sich versah, wurde er an Fenrirs starke Brust in eine Umarmung gezogen. Lippen trafen einander und ein wildes Zungenduell entstand. Harry konnte sich ein Stöhnen nicht verkneifen und krallte mit einer Hand in Fenrirs braunes Haar. Erneut machte ihn dieser Mann mit so wenig verrückt, wie schafft er das nur immer wieder? »Vergiss nicht, wir haben noch ein Date vor uns«, keuchte Harry gegen die rauen Lippen, als sie kurz nach Luft schnappten. »Werde ich nicht, aber gerade könnte ich dich auffressen. Spürst du das?«, fragte Fenrir zurück und presste Harry am Hintern fest an seine Lenden. Harry spürte die Härte sofort, als sie gegen sein Oberschenkel drückte und kniff die Augen fest zusammen. »Du machst das mir nicht gerade leicht, das machst du doch mit Absicht«, keuchte Harry und konnte nicht widerstehen, mit seinem Bein an der Härte zu reiben, was Fenrir ein dunkles Grollen entlockte. »Dann nehmen wir uns beide nicht viel. Du verführst mich und verlangst von mir, mich in Geduld zu üben«, erwiderte Fenrir und verschloss Harrys Lippen erneut zu einem innigen Kuss. Harry ergab sich nur zu gern diesen Moment der Lust, auch wenn seine Erregung nicht so einfach wieder verfliegen würde. Aber das war ihm gerade gleich. Er war auch nur ein Mann, der bei einem Kerl wie Fenrir mit einem überschaumenden Hormonhaushalt antwortete. Er rutschte einfach über Fenrir und saß breitbeinig auf dessen Bauch. Fenrir massierte leicht Harrys Hintern, wobei dieser immer wieder über die Härte unter ihm rutschte. Harry stöhnte immer mal wieder leise in den Kuss hinein und fing an, seine Hüfte intensiver über Fenrirs Schritt reiben zu lassen. Immer mehr Hitze schoss durch Harrys Körper direkt in seine harte Erregung, ließ Harrys Denken alarmen und die Instinkte übernehmen. Er wollte jetzt nicht mehr aufhören. Er konnte nicht. Es war einfach unmöglich. Fen, keuchte Harry, wurde aber durch einen weiteren Kuss unterbrochen. Er vergass auch direkt, was er sagen wollte. Wollte er überhaupt etwas sagen, in diesem Moment? Nein, einfach nur fühlen und sich den Emotionen hingeben, das war das einzig Wichtige in diesem Augenblick. Deutlich spürte Harry, wie sich sein Höhepunkt immer mehr nahte, weswegen er sich verkrampfte. Aus Versehen biss er Fenrir dabei in die Unterlippe, was diesen ein tiefes Stöhnen entlockte, was Harry durch die Eingeweide und direkt in den Schritt fuhr. Das war der Kick, der ihm zu seinem Höhepunkt gefehlt hatte. Fest presste er die Augen zusammen und verteilte den Samen in seiner Shorts. Im gleichen Augenblick drückte Fenrir ihn am Hintern fest an sich und kam ebenfalls. Harry spürte es so deutlich, dass es ihn erschaudern ließ. Müde legte der Schwarzhaarige seinen Kopf auf Fenrirs Schulter, das Gesicht so gedreht, dass er den sehnigen Hals mustern konnte. Er beugte sich ein Stück vor und verteilte kleine Küsse auf diesen. Sofort erschauderte Fenrir, hob eine Hand und legte sie auf Harrys Hinterkopf, wo er durch das schwarze Haar streichelte. Genüsslich, seufzte Harry auf, öffnete dann aber Fenrirs Hemd Knopf um Knopf. Als das erledigt war, hob er seinen Oberkörper etwas an, nur um sich dann Haut auf Haut wieder hinzulegen. Durch etwas Magie legte sich auch die weggerutschte Decke über sie, sodass sie nicht frieren mussten. Das dritte Date wünsche ich mir aber trotzdem noch, flüsterte Harry leise und küsste erneut den Hals vor seiner Nase. Bekommst du, stimmte Fenrir zu, was Harry ein Lächeln entlockte. Er fühlte sich gerade unendlich wohl. Als der nächste Morgen graute und Harry wach wurde, bemerkte er sofort, wo und wie er lag. Kurz musste er schmunzeln, er hob sich dann aber möglichst vorsichtig, um nach einem Badezimmer zu suchen. Er brauchte nicht lang und sah danach nachdenklich seine versaute Shorts an. Ob die Magie ihm da auch helfen konnte? Tatsächlich. Im nächsten Moment hielt er seine Unterhose sauber in der Hand und grinste leicht. Zufrieden zog er sie sich wieder an. Als er auch die restliche Kleidung angezogen hatte, besah er sich vorsichtig Fenrirs Bein. Er wollte ihn nicht wecken. Schließlich verschlaf die beste Medizin bei Kranken. Die Wunder sah in Ordnung aus, sodass er aus dem Nichts eine Salbe erschienen ließ, sie auftrug und dann einen neuen, sauberen Verband anlegte. Erst als das erledigt und Fenrir zugedeckt war, verließ Harry das Zimmer und ging nach unten. Er wollte sehen, ob er schon jemanden wach antraf. Tatsächlich traf er auf Draco, der gerade etwas auf ein Pergament schrieb. Guten Morgen. Hast du schon etwas von den anderen gehört? Grüßte Harry. Draco sah nur kurz auf, ehe er weiterschrieb. Nein, diese Nacht hier kam keiner an. Ich schreibe gerade einen Brief an Blaze. Vielleicht weiß er mehr. Du weißt, wo er ist? Nein, ich schicke die Eule auf gut glücklos. Ich hoffe, sie findet ihr Ziel. Er widerte der Blonde und faltete das Pergament, nur um es einer wartenden Eule mitzugeben, die sich direkt in die Lüfte erhob und durch eines der Fenster verschwand. Erst dann drehte er sich der Küche zu und kratzte sich missmutig am Hinterkopf. Kochen hat noch nie zu meinen Hobbys gehört. Wenn wir nur eine Hauselfe hätten, brummte der. Draco, griff aber nach der Kaffeemaschine, um sie zu untersuchen. Harry kam näher heran und nahm ihm die Kanne aus der Hand, nur um Wasser einzufüllen und auch der Filter mit dem Kaffeepulver zu befüllen und alles anzuschmeißen. Sag mal, das Haus Malfoy ist doch geschützt, oder? Fragte Harry leise, wofür er ein zustimmendes Brummen bekam. Also kann man nicht einfach so eindringen? Was genau willst du wissen? Kann es sein, dass ich den Standort aus Versehen verraten habe, als ich gestern nach Malfoy Manner reiste? Woher kamst du eigentlich? Fragte Draco direkt misstrauisch, was Harry ein Seufzen entlockte. Aus Hogwarts, brummte Harry und erzählte mit wenigen Worten, was vorgefallen war. Ihm fiel sofort Dracos erschrockenes Gesicht auf und runzelte besorgt die Stirn. Dann hast du Severus und Lupin ihrem Untergang verschrieben. Idiot! So sehr will Dumbledore auch bekämpfen, dumm ist der Mann nicht, schimpfte Draco plötzlich lautlos, was Harry zwar erschreckte, aber auch verstand. Sicher war Draco mindestens mit Severus befreundet. Schließlich ging dieser in diesem Haus ein und aus. Es tut mir leid, saufzte Harry und senkte seinen Blick. Diese Hauselfe, von der du sprachst, sie versprach dir zu dienen? Fragte Draco nach einer Weile des Schweigens plötzlich, worauf Harry nur nickte. Versuch sie zu rufen, vielleicht ist noch nicht alles für Severus verloren, wies Draco ihn an. Schon allein aus Schuldgefühlen würde Harry die Anweisung nicht ablehnen und rief nach Blinky. Sofort ploppte es vor ihm. Harrys Gesicht weitete sich geschockt, als er das kleine Wesen erblickte. Blinky hatte nur noch ein Ohr, wo das Loch im Kopf noch immer blutete. Ein Auge war geschwollen, während die rechte Hand gebrochen aussah. Der Körper zeugte von Wunden und Blessuren. Es machte sogar einen humpelnden Schritt auf Harry zu. Sir Harry! Piepste Blinky erleichtert und humpelte noch einen Schritt auf Harry zu, der der kleinen Hauselfe entgegenkam. Er fiel vor Blinky auf die Knie, um den zusammenbrechenden Körper zu halten. Was ist mit dir passiert? Fragte Harry erschüttert und spürte das Entsetzen durch seinen Körper wandern. Draco erging es, wie Harry durch einen Seitenblick sah, nicht anders. Hogwarts wurde vom Ministerium überrannt. Blinky versuchte, Schüler und Lehrer zu retten, fiebte Blinky und hustete im nächsten Moment Blut. Oh nein, wir müssen etwas tun. Wir müssen ihr helfen, wendete sich Harry an Draco, der die Lippen zusammenkniff. Wir brauchen für das Ausmaß der Verletzung mindestens drei Hauselfen. Hauselfen können einander magisch versorgen. Nala, Taya, Berun, Lola, rief Draco zum Schluss hin nach seinen eigenen Hauselfen. Es ploppte allerdings nur zweimal. Es waren Nala und Taya. Wo sind die anderen Elfen? Fragte Draco ernst, während die Malfoyschen Hauselfen mit den Ohren schlackerten. Master Draco Malfoy, Sir, wir sind die letzten Hauselfen. Malfoy-Männer gibt es nicht mehr. Verzeiht, Master Malfoy, wir konnten unser Heim nicht beschützen, antworteten die beiden Hauselfen verzweifelt, was Draco blass, kurz wanken ließ. Wie sollen wir nur mit zwei Elfen Blinky helfen? Fragte Harry verzweifelt, auch wenn ihm der Schicksalsschlag für Draco leid tat. Und dann waren da noch seine Freunde und seine Familie. Aber gerade war Blinky bei ihnen und sie schwebte akut in Lebensgefahr. Creature, vernahm er hinter sich einen Ruf und sah über die Schulter. Sirius lehnte an der Küchentür und neben ihm tauchte eine uralte Hauselfe auf, die ziemlich missmutig dreinsah. Ja, Meister Black, wie kann Creature helfen? Fragte die Elfe missmutig. Hilft den anderen beiden Hauselfen dabei, die verletzte Hauselfe zu versorgen? Befahl Sirius ihm und endlich konnten die Elfen mit der Versorgung beginnen. Das alles klingt gar nicht gut. Offensichtlich beginnt bald die alles entscheidende Schlacht. Hörte Harry Dracos murmeln, ehe er sich auch schon abwendete und die Küche verließ. Harry legte Blinky vorsichtig hin und folgte dem blonden Mann eilig. Er hielt ihm am Arm auf und dreht ihn zu sich um. Was hast du vor? Wollte Harry ernst wissen, denn er hatte eine böse Vorahnung. Ich muss Blaze, Tom und meine Eltern finden. Lass mich los! Forderte Draco ihn harsch auf. Du sagst es. Das klingt nicht gut. Du wirst dich nur in Gefahr bringen. Und wo willst du überhaupt suchen? Fragte Harry eindringlich. Draco spannte seine Muskeln unter Harrys Hand an. Machst du dir überhaupt gar keine Gedanken? Verlangte Draco, leise zu wissen. Doch, natürlich. James und Jack sind schließlich auch noch irgendwo da draußen. Und dann ist da auch noch dieser Lupin. So wie das klingt, sind sie alle in Gefahr. Aber was wollen wir machen, ohne dass man auch uns fängt, foltert oder umbringt? Dann wären wir keine sonderliche große Hilfe. Wir müssen erst einmal in Erfahrung bringen, wo sie alle sind, antwortete Harry behutsam und sah den Schmerz in Dracos Augen. Du hast recht, aber trotzdem, flüsterte Draco und versuchte seinen Arm loszumachen. Du hast recht, aber trotzdem, flüsterte Draco.